Das ist perfekt, dass ich hier zweimal düngen kann. Ich dünge, der macht Pflanzenschutz perfekt. Einmal sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da ist ein Traktor ein, was stehen lassen oder was los mit dem. Jetzt riechen die Felder rechtzeitig fertig. Du nicht, du nicht, du nicht. Das Geld geht schneller weg, wie es reinkommt, dann ist es schlecht. Was ist denn hier los? Wo ist denn der jetzt hingerannt? Was kommt der hier mit einem Drescher angefahren? Der kann doch hier nicht dreschen. Was macht der da? Herr Müller? Ja? Was machen Sie denn in dem Drescher da? Ich muss gerade mal schnell Feld 66 abernten, weil das sonst verdorrt. Dann steige ich mal kurz in Ihren Traktor, ja? Ja, machen Sie das. Und tschüss. Tschüss. Aber dafür kriegt er weniger Geld. Kann ja nicht sein, dass der hier einfach seine Arbeit stehen und liegen lässt und dann wegrennt. Hmm. Und dann zahle ich ihm weniger, dann passt es auch wieder. Ich brauche eigentlich auch ein Gewicht hier, der ist auch wieder ziemlich schwer beladen. Naja, da muss ich nur ein Feld bezahlen, 1400 und ein Feld Pflanzenschutz, hoff ich mal. Das ist ein Feld, das ist ein Feld, das ist ein Feld. So, dann machen wir das halt auch mal hier. Ein bisschen anstellen und los geht's. Ein bisschen anstellen und los geht's. Ein bisschen anstellen und los geht's. Der ist so schwer, die Breite von so einer Maschine einzuschätzen. Jetzt hab ich den Deckel aufgemacht, den wollte ich nicht aufmachen. Was mach ich denn hier? Die Maschine ist ein bisschen doof. Die ist mir viel zu breit. Das ist jetzt schon wieder komisch. Ich hab die Joysticks hier noch nicht in dem Griff. So, jetzt nochmal E. Ja, jetzt läuft's. Oh, so schwer. Hätte ich mir das Ding nicht vorgestellt. Hätte ich mir das Ding nicht vorgestellt. Vor allem sind die Felder dann optimal vorbereitet für die Ernte. Ein bisschen schade, dass ich mir meine Arbeiten selber erledigen muss. Wobei ich da natürlich auch Geld spare. Ich seh nicht wo die Maschine aufhört. Das ist so komisch. Ich glaub, jetzt hab ich wieder den richtigen Drive gefunden hier. Wenn sich einer damit nicht auskennt, dann klempert er viel zu viel Zeug. So wie ich. Ups, das ist er. Ich orientier mich mal an der Seite hier, weil das ist wahrscheinlicher, dass es da stimmt. Wie auf der anderen Seite. So, dann fahre ich hier noch einmal runter und dann ist gut. Und, das ist es gut. Wollte der hier nicht ernten? Herr Müller? Hallo? 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 Hier ist der Herr Lukas Müller. Ah, ich habe mich verwählt. Ich wollte zum Herrn Leon Müller. Soll ich ihn mal gerade in die... Soll ich ihn dem mal gerade geben? Nee, ich stehe ja vor ihm. Eigentlich. Aber der hat nicht reagiert. Ah, jetzt ist er ausgestiegen. Ja, jetzt. Hallo? Hallo? Äh, tschüss Herr Andro Müller. Ja, genau. Okay. Ich dachte, Sie wollten ernten. Jetzt sitzen Sie hier und machen Vesper, oder wie? Äh, ja, das Ding ist, der Vollernter funktioniert nicht so ganz. Äh, der Mähdrescher, Entschuldigung. Ich war gerade beim Wein. Seien Sie nicht so viel beim Wein. Äh, also, ich habe jetzt hinten den Pflanzenschutz selber drauf gemacht. Ähm. Sie müssen mir halt sagen, was Sie dann kriegen. Ja, das sage ich Ihnen dann später, weil ich muss jetzt kurz abernten schnell. Gut, machen Sie, ich hätte sogar das. Tschüss. Ich melde mich dann einfach bei Ihnen. Tschüss. Tschüss. Äh, warten Sie mal. Äh, 1400 überweise ich Ihnen für den Dünger. Ja. Es ist schon mal erledigt. Tschüss. Ei, ei, ei. Ich glaube, der hat keine Ahnung, wie er das Ding bedienen muss. Aber gut, was soll's. Ich habe ich sogar 900 nur gebraucht. Nein. 1400. Ja, der Deal, dass ich den in ihren Maschinen alle nutzen kann, ist schon recht geil. Also, das muss man schon sagen. Es wird halt, wenn ich die Felder hier verkaufe und die nicht mehr in meine Ernte kriegen, nicht mehr so sein. Nein, nur kann man nicht ändern. Nein, nur kann man nicht ändern. Nein, nur kann man nicht ändern. Time for fun. So, okay. Vielen Dank.